Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Übrigens, um nochmal auf Bill Gates zu sprechen zu kommen, wurde ein weiterer Umstand aufgedeckt, der erneut die Frage aufwirft, inwiefern Gates schon vor dem Ausbruch der Pandemie im November 2019 darüber Bescheid wusste. Und zwar hat die Bill und Melinda Gates Foundation vom 12. bis 19. August 2019 in Zusammenarbeit mit der Rockefeller Foundation eine Konferenz im ostafrikanischen Staat Ruanda abgehalten. Dazu wurde auch der demokratische Kongressabgeordnete Bobby L. Rush eingeladen, mit dem Vertreter der Gates Foundation einen 100 Millionen Dollar Kontaktverfolgungsdeal aushandelten. Zur Erinnerung, das war drei Monate bevor sich die ersten Chinesen angeblich durch Fledermäuse mit dem Virus infiziert haben. Dazu ein Artikel von True Pundit von gestern, dem 15. Juni. Ja, und eben dieser demokratische Abgeordnete Bobby L. Rush hat im Mai 2020 das neue Kontaktverfolgungsgesetz HR 6666 im Repräsentantenhaus vorgelegt. Dieses beinhaltete eine umfassende Überwachung der Bürger sowie die Einrichtung einer Kontaktaufspürungsarmee, die alle Kontakte einer infizierten Person aufspüren und in Quarantäne bringen sollte. Zum Glück ist dieses verfassungswidrige Gesetz gescheitert. Und mittlerweile trendet Hashtag Exposed Bill Gates, also entlarvt Bill Gates auf Twitter, weil sich die Beweislage gegen den Milliardär verdichtet und mittlerweile Millionen Menschen Antworten fordern, warum hat Gates das alles schon vor der Pandemie vorbereitet und sogar Kongressabgeordnete auf den genauen Wortlaut von Gesetzen eingeschworen. Insofern Bill Gates kein Hellseher ist, besteht hier durchaus ein Verdacht, dass er in illegale Machenschaften verstrickt ist. Ja und auch unser Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich im April 2018 mit dem Software-Gigant Bill Gates getroffen, einen Monat nach seinem Amtsantritt. Dabei sprachen sie laut dem Twitter-Post des Bundesgesundheitsministeriums über Innovationen im Gesundheitswesen und die Bedeutung von Impfungen für die weltweite Gesundheitsversorgung. Seitdem ist Spahn ebenfalls ein großer Fan von Kontaktverfolgung. Dazu die Tagesschau am 16. Juni. Kontaktverfolgung von Infizierten. Gesundheitsminister Spahn zum Start der Corona-Warn-App. Ja, seit heute kann man die Tracing-App offiziell herunterladen. Immerhin werden die Daten, zum Beispiel zum Standort der Nutzer, nicht zentral gespeichert. Wäre es nach Minister Spahn gegangen, sähe die Situation anders aus. Dazu ein Artikel von RP Online vom 23. April. Spahn setzt bei Corona-App offenbar auf zentrale Datenspeicherung. Dann wäre es uns wohl wie in Norwegen ergangen. Dort musste die Covid-19-App nach kurzer Zeit wieder gestoppt werden, da die zentrale Datenspeicherung gegen Dutzende Datenschutzbestimmungen verstößt. Also auch hier lag der Minister vollkommen falsch. Ja, und dann haben wir noch das Thema Corona-Massentests. Erst vor einer Woche, am 9. Juni, tilde das Handelsblatt, Gesundheitsminister Spahn macht den Weg für Corona-Massentests frei. Die Corona-Tests werden deutlich ausgeweitet. Die Kosten gibt der Minister trotz Kritik an die gesetzliche Krankenversicherung weiter. Und am gleichen Tag beim ZDF? Auch ohne Covid-19-Symptome. Spahn, Corona-Tests deutlich ausweiten. Doch dann warnte Spahn gestern beim Bericht aus Berlin plötzlich vor massenhaften Corona-Tests, da diese viel mehr falsche Positive als tatsächliche Positive erzeugen würden. Genau das haben wir alternative Medien schon vor Monaten gesagt. Da war das Ganze allerdings noch eine irre Verschwörungstheorie. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht nachher durch zu umfangreiches Testen, klingt jetzt total, muss erstmal immer um zwei Ecken denken, durch zu umfangreiches Testen zu viel Falsch-Positive haben. Weil die Tests ja nicht 100% genau sind, sondern auch eine kleine, aber eben auch eine Fehlerquote haben. Und wenn sozusagen insgesamt das Infektionsgeschehen immer weiter runter geht und Sie gleichzeitig das Testen auf Millionen ausweiten, dann haben Sie auf einmal viel mehr Falsch-Positive als tatsächlich Positive. Das sind so die Dinge, mit denen man dann sozusagen erst konfrontiert wird, dann auch in der weiteren Folge und die Erkenntnisse. Und deswegen macht es schon auch noch Sinn, wir machen das Angebot mehr zu testen. Das geht jetzt auch, aber nicht einfach nur wild jeden Tag zu testen, sondern wenn dann schon auch mit einem gewissen Ziel. Und noch ein weiterer Fehlschlag. Spahn hat auf Kosten der Steuerzahler mehr als 200 Millionen Masken für 83 Millionen Bürger zu vollkommen überteuerten Preisen bestellt und jetzt weigert er sich doch tatsächlich, diese zu bezahlen. Mehr als 600 Millionen Euro an Zahlungen stehen noch aus und bisher macht Spahn keine Anstalten, diese Rechnung zu begleichen. Mittlerweile drohen ihm zahlreiche Hersteller mit einer Klagewelle, dazu ein Artikel des Tagesspiegels vom 12. Juni. Also alles in allem ein Totalversagen des Gesundheitsministers, das meiner Meinung nach unter anderem im Rahmen eines Corona-Untersuchungsausschusses aufgearbeitet werden sollte.